Hier siehst du ein sogenanntes Koordinatensystem. In diesem Video erkläre ich dir, was das genau ist, wie es funktioniert und wie man damit arbeitet. Nach meiner Erklärung gibt es eine Übungsaufgabe für dich, anhand derer du ausprobieren kannst, ob du schon verstanden hast, wie man richtig mit dem Koordinatensystem arbeitet. Im Koordinatensystem werden sogenannte Gitterpunkte durch zwei Zahlen beschrieben. Hierzu hat man einmal die sogenannte X-Achse, die auch Rechtsachse genannt wird, und die Y-Achse, welche man auch als Hochachse bezeichnet. Die Stelle, an der sich beide Achsen treffen, wird Ursprung genannt. Die Kennzeichnung mit dem O kommt von dem lateinischen Wort origo, welches Ursprung bedeutet. Wenn ich jetzt einen Punkt in mein Koordinatensystem zeichne, so muss ich diesen Punkt erst einmal richtig benennen. Das macht man mit Hilfe von großen Buchstaben aus dem Alphabet. Und da dies mein erster Punkt ist, verwende ich ein großes A. Die genaue Position des Punktes wird über die sogenannten Koordinaten eindeutig wiedergegeben. Hierzu schaue ich, wie viele Schritte ich vom Ursprung aus gesehen zunächst nach rechts und dann nach oben gehe. Um den Punkt genau mit seinen Koordinaten zu benennen, macht man danach eine Klammer und in der Mitte einen senkrechten Strich. Der Wert, den ich nach rechts gegangen bin, also die drei Schritte, entsprechen meiner X-Koordinate. Sie trage ich an erster Stelle ein. Und die Anzahl der Schritte, die ich dann nach oben gegangen bin, in dem Fall die zwei Schritte, die trage ich an zweiter Stelle ein und sie stellen meine Y-Koordinate dar. Der von mir gezeichnete Punkt A hat also die Koordinaten 3-2. Wenn du sicher gehen möchtest, dass du die X- und die Y-Koordinate beim Schreiben nicht vertauschst, dann musst du einfach an das Alphabet denken. Denn da kommt ja das X auch vor dem Y. Jetzt zeichne ich mal einen zweiten Punkt, den ich B nenne. Um seine Koordinaten zu benennen, könntest du auch wieder vom Ursprung aus zählen oder du fährst mit deinem Finger einfach vom Punkt aus senkrecht nach unten und waagerecht nach links. Denn so findest du mit dem Wert 2 auch seine X-Koordinate und mit dem Wert 5 seine Y-Koordinate. Der Punkt B hat also die Koordinaten 2' 5. Auf die gleiche Art und Weise kannst du vorgehen, wenn du die Koordinaten eines Punktes kennst und diesen einzeichnen sollst. Ich suche die X-Koordinate 7 auf der X-Achse und gehe von dort aus senkrecht nach oben. Suche genauso die Y-Koordinate 4 auf der Y-Achse und gehe von dort aus waagerecht nach rechts und dort, wo sich beide Wege dann treffen, also hier, da liegt mein gesuchter Punkt C mit den Koordinaten 7' 4. Mal schauen, ob du das alles schon verstanden hast. Hier kommt eine Übung für dich. Einmal möchte ich von dir wissen, wie die Koordinaten der Punkte D und E heißen, die im Koordinatensystem hier abgebildet sind. Und dann sollst du noch die beiden Punkte F1-2 und G6-3 in ein eigenes Koordinatensystem zeichnen. Pausiere bitte jetzt das Video, während du die Übung machst und lasse es weiterlaufen, wenn du fertig bist, denn dann kannst du deine Lösung mit meiner vergleichen. Bis gleich! Willkommen zurück! Na dann lass uns mal schauen, ob du erfolgreich warst. Der Punkt D hat die X-Koordinate 2 und die Y-Koordinate 7. Seine Koordinaten heißen also 2' 7. Der Punkt E hat die X-Koordinate 5 und die Y-Koordinate 1 hat also folglich die Koordinaten 5' 1. Das Zeichnen der Punkte von Aufgabe B zeige ich dir nochmal auf zwei verschiedene Arten. Für den Punkt F gehe ich vom Ursprung aus ein Schritt nach rechts und 1, 2 nach oben. Hier liegt also mein Punkt F mit den Koordinaten 1' 2. Und wenn du schon etwas sicherer bist, dann weißt du, dass bei den Koordinaten eines Punktes zuerst der X- und dann der Y-Wert kommt. Diese suchst du dann einfach entsprechend auf der X- und auf der Y-Achse und schon kannst du den gesuchten Punkt G einzeichnen. Jetzt hoffe ich, dass du bei allen Punkten richtig gelegen hast und wünsche dir noch viel Erfolg beim Arbeiten mit dem Koordinatensystem. Bis bald!